Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Martin Krowicki. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast, dass du dich vielleicht durch ein paar technische Hürden gekämpft hast und mich jetzt hoffentlich sehen kannst. Erfahrungsgemäß brauchen einige Leute immer zwei, drei Minuten länger, deswegen nehme ich mir noch ein bisschen Zeit für ein kleines Vorwort, für ein paar organisatorische Sachen und dann starten wir schon inhaltlich in unser Webinar zum Thema Befreie deinen Rücken. Wie gesagt, du bist, falls du hier schon öfter dabei gewesen bist, dann war es ja häufig so, dass Martin Auerswald das Webinar alleine gehalten hat. Der hat sich heute mal eine kleine Pause gegönnt und ich übernehme heute mal das Webinar, war jetzt auch schon länger nicht dabei, sonst haben wir das auch öfter mal im Doppelpack zusammen gemacht und ich freue mich, dass ich dir das Thema heute mal nahe bringen kann zu den organisatorischen Sachen. Wir werden ungefähr, wie du es kennst, 60 Minuten brauchen für den, für das Webinar, für den Theorie-Teil. In der Zeit kannst du im Chat Fragen stellen. Diese werden dann aber erst nach dem Webinar, also quasi in der Live-Fragerunde dann nochmal extra mit beantwortet. So kann ich mich dann jetzt voll aufs Webinar konzentrieren und dann in der Live-Fragerunde dir dann nochmal direkte Infos mitgeben. Des Weiteren, während ich jetzt hier nochmal ein Vorwort mache, während der Zeit kannst du bitte schon mal ein weißes Blatt Papier dir holen und einen Stift dazu. Das brauchen wir nachher für eine kleine Übung. So während ich hier noch ein bisschen Vorwort mache, wäre das gut, wenn du dir das noch mit an deinen Platz jetzt hier legst. Ja, ansonsten ist es so, dass du auch im Nachgang an das Webinar das Skript immer nochmal mitbekommst. Das heißt, wenn du dir auch Notizen machst oder irgendwas, du siehst dann immer unten in der Präsentation nachher unten rechts eine kleine Seitenzahl. Da kannst du immer notieren und auch für spätere Fragen einfach die Seitenzahl immer mit nennen. Da weiß ich dann immer auch gleich, wovon du sprichst. Genau, wie gesagt, in der Folge-Mail danach bekommst du nochmal das Skript. Alle Links und Empfehlungen, die wir geben, bekommst du dann wie gewohnt in der Folge-Mail. Genau. Und da würde ich jetzt auch gern schon mal in die Präsentation starten. Ich hoffe, es hat jetzt jeder auch reingefunden. Ich teile jetzt schon mal die Präsentation mit dir. Du müsstest jetzt hier den Startbildschirm sehen. Wie gesagt, nochmal zu mir. Mein Name ist Martin Krowicki. Ich bin Sportwissenschaftler, Gesundheitscoach und medizinischer Trainingstherapeut. Ich habe hier mit Schnell einfach gesund mit dem Martin zusammen und unserem Team auch noch meine Leidenschaft, die ich nebenbei erfülle. Und ja, unser Ziel ist es ja, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und mit Gesundheitsthemen zu versorgen. Und das heutige Thema ist, wie gesagt, befreie deinen Rücken, deinen Weg zu einer gesunden Wirbelsäule. Und ja, ich bin ziemlich gespannt, über welche Wege du hierher gekommen bist oder über welchen Anlass. Auch jeder hat ja immer so ein bestimmtes Warum, warum er sich für das Thema begeistert. Ich versuche oder ich möchte dich erreichen, wenn du, wie gesagt, einen gesunden Rücken bekommen möchtest. Aber auch wenn du schon kleinere Wehwehchen oder auch immer mal eine Schmerzepisode hattest, mal ein Bandscheibenvorfall. Auch da ist es mein Ziel, dir hier einen handfesten Leitfaden mit an die Hand zu geben, was du denn bei deinen Rückenschmerzen tun kannst. Und wir werden einfach mal ganz klar darüber sprechen, wie ist unsere Wirbelsäule aufgebaut. Das werde ich sehr, sehr praktisch auch machen, an einem praktischen Beispiel. Wir werden darüber sprechen, was deine Wirbelsäule braucht, was sie vielleicht nicht so mag. Und ja, wie du dein Umfeld gestalten musst, wie du ein rückenfreundliches Umfeld dir aufbaust. Über diese Themen werden wir heute sprechen. Und wir gehen gleich nochmal direkt in die Inhalte rein. Dann siehst du nochmal, was dich in den nächsten 60 Minuten erwartet. Ich werde, das möchte ich dir auch vorher sagen, einige Themen nur anreißen können. Also das Thema ist so breit, ich musste mir wahnsinnig Mühe geben, alles in die 60 Minuten hier reinzupacken. Ich hätte gern noch viel, viel mehr reingepackt. Aber zum Freitagabend, wenn wir da 60 Minuten jetzt intensiven Theorie-Teil haben, dann sollte das auch ausreichen. Und wir haben ja danach auch nochmal die Fragerunde, in der wir auch gerne nochmal tiefer einsteigen können. Also wenn es dir da an irgendeiner Stelle zu schnell ging, dann bitte einfach nochmal nachfragen und mir ein Zeichen geben. Dann können wir da tiefer reingehen. Bevor wir zum Inhaltsverzeichnis gehen, möchte ich ein Bild in dir wecken. Also ich arbeite immer sehr gerne mit Bildern und ich habe schon in der Ankündigungsmehr gesagt, dass ja, so ein gesunder Rücken, das ist das, was wir alle wollen. Und ein gesunder Rücken bedeutet einfach Freiheit. Und in dem Zuge auch heute unser Leitbild, so das Segelboot, daran kann ich dir ein paar schöne Sachen auch erklären, denn das passt ganz gut zu unserem Thema. Und erst, wenn wir Rückenschmerzen haben, wenn wir irgendwelche Wehwehchen und Probleme bekommen, merken wir, wie stark denn unsere Freiheit dann eingeschränkt ist. Ja, wenn der Rücken schmerzt, dann wird schnell das Sitzen unbequem. Dann haben wir Verspannungen. Jeder kennt das Zwicken im Nacken. Dann bekommen wir so ein bisschen schlechte Laune. Der Tag fällt dann ein bisschen schwerer. Oder auch bei intensiveren Rückenschmerzen, wenn es dann wirklich zu starken Schmerzen kommt, dass auch mal der Schlaf dann schwerfällt, man sich von rechts nach links dreht, weil einfach der Nacken wehtut, der untere Rücken wehtut. Da wird eigentlich jedem schnell bewusst, wie wichtig denn ein gesunder Rücken ist. Und deswegen symbolisch heute die Freiheit, wenn wir es schaffen, einen starken und gesunden Rücken bis ins hohe Alter zu bekommen, dann steht das wirklich für Freiheit, das zu tun, woran du dich denn in deinem Leben sehnst und all deine Aktivitäten auch so lange wie möglich und mit voller Aktivität betreiben zu können. Ja, was wollen wir machen in den nächsten Minuten? Wir werden drüber sprechen, was es mit der Wirbelsäule denn so auf sich hat, dieses wahnsinnig imposante Organ. Ob es jetzt wirklich so ein imposantes Wunderwerk ist oder vielleicht auch so ein paar Fehler hat, ob es einen Grund dafür gibt, warum es so viele Wirbelsäule-Erkrankungen auch gibt. Wir werden auch über Aufgaben und Funktionen der Wirbelsäule sprechen, das versuche ich relativ kurz zu halten. Es ist aber wichtig, dass wir ein gewisses gemeinsames Verständnis aufbauen für den praktischen Teil dann. Wir werden Erkrankungen und Schwachstellen der Wirbelsäule ansprechen, da mal so über die Top-Themen drüber gehen. Wir werden, also ich werde dir einen Rückenkodex an die Hand geben, auch passend zum Seefahrer-Thema. Du hast dir einen Kodex, das sind zehn Regeln für einen wirklich starken und gesunden Rücken. Je mehr du dich an diese zehn Regeln hältst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich langfristig einen gesunden und starken Rücken aufbaust. Und wenn du aktuell Probleme hast, dann werden dir diese zehn Regeln auch an der einen oder anderen Stelle helfen, um einfach neue Ansätze vielleicht zu finden, weil oft ist es so ein Teufelkreis und man weiß nicht mehr, wie man da rauskommt. Da könnt ihr diese zehn Regeln auch helfen. Dann kommen ein paar praktische Tools auch, die ich dir an die Hand geben möchte. Und am Ende das 3x3 für einen befreiten Rücken, das ist auch nochmal ein super praktisches Format. Ich habe es auch genannt, der einfachste Rückenplan, der einfachste Rückentrainingsplan der Welt. Und da kannst du schon gespannt sein, der ist wirklich relativ simpel. Wie oft im Leben die einfachsten Dinge sind auch die wirksamsten und die, das ist ja auch unser Motto hier bei schnell einfach gesund. Und da wirst du einfach noch einen guten Plan mit an die Hand bekommen und am Ende dein Logbuch für eine befreite Wirbelsäule haben. Ich freue mich riesig auf die nächsten Minuten. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du hast es dir auch wirklich bequem eingerichtet. Ich habe es hier auch extra ein bisschen grün gemacht, dass es hier auch im Hintergrund ein bisschen gut aussieht. Dann gibt es eine Neuerung hier im Webinar. Wir haben das erste Mal einen wirklich starken Partner jetzt mit an der Seite. Und da bin ich auch stolz drauf. Wir werden unterstützt von Ergotopia. Ergotopia ist ein Anbieter für ergonomische Büromöbel, aber auch für Hilfsmittel für einen gesunden Rücken. Da werde ich dir nachher auch nochmal ein paar Infos geben. Und das wichtigste, Ergotopia hat jede Menge Fachartikel zum Thema Rückengesundheit, jede Menge Infografiken und Übungsvideos. Und es ist einfach ein sehr bildliches Thema. Und auch hier hat uns jetzt für das Webinar Ergotopia unterstützt. Wir haben jede Menge Bilder auch für die praktischen Übungen. Das sind wir einfach auf der sicheren Seite. Es ist immer nicht einfach, Bilder zu finden, wo die Übungen auch richtig ausgeführt werden. Und hier bei Ergotopia, da sitzen auch Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten dahinter. Und da sind wir froh, dass wir Ergotopia als Partner gewonnen haben. Und die Vision von Ergotopia ist es, ideale Arbeits- und Lebensumgebung für Menschen zu erschaffen. Und immer mit dem Fokus auf einen gesunden Rücken. Und das passt, denke ich, einfach perfekt zum heutigen Thema. Und du wirst es an der einen oder anderen Stelle dann auch sehen, dass wir hier schön mit Unterstützung bekommen haben. Und an der Stelle dann auch vielen Dank. Und ich habe dir vorhin gesagt, ich habe dich gebeten, dir ein weißes Blatt Papier anzuholen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann hol es bitte nochmal nach, einen Stift dazu. Und das ist jetzt einfach der Hintergrund, das ist jetzt eine praktische Umsetzungsübung für dich. Mein großes Ziel ist, dass du hier aus dem Webinar für dich wirklich einen kleinen Baukasten mitnimmst, wie gesagt, ein kleines Logbuch, wo du danach sehen kannst, was willst du für dich umsetzen. Und oft ist es so, dass wir uns Inhalte im Internet konsumieren und danach uns der Leitfaden fehlt. Du bekommst zwar das Skript, aber du sollst für dich einfach nochmal rausfinden, was sind für dich die Punkte, die du hier mitnimmst. Und auf dein weißes Blatt Papier malst du so wie hier auf dem Bild in einen Kreis und schreibst mal in die Mitte, so einfach impulsiv, denk nicht zu lange drüber nach. Was war dein Warum, warum du dich hier zum Webinar angemeldet hast? Also was genau hat dich interessiert? Was willst du wissen? Was möchtest du hier mitnehmen? Ja, da kannst du ganz verschiedene Beispiele nehmen. Vielleicht hast du Nackenverspannung und möchtest diese wieder loswerden. Vielleicht hast du im unteren Rücken ein Zwicken, möchtest das loswerden. Oder kennst Leute in deinem Umfeld, die unter Rückenschmerzen sehr leiden und du bist noch gesund und möchtest weiterhin auch so einen gesunden, starken Rücken erhalten. Möchtest weiter auf die Berge steigen, möchtest vielleicht mit deinen Kindern oder Enkeln spielen. Schreib dir das bitte einfach in die Mitte rein, das was dir da einfällt. Es können auch mehrere Sachen sein. Und die Aufgabe für das Webinar ist, dass du dir währenddessen außenrum Notizen machst. Es wird immer mal Punkte geben, wo du eine interessante Idee, ein Tool, ein Zitat oder eine Übung findest. Und da mach dir einfach eine Notiz. Schreib dir diese Idee dahin. Gerne auch mit der Seitenzahl unten rechts, sodass du die später im Skript auch wieder findest. Und dann hast du hier selber dein eigenes Logbuch am Ende erarbeitet. Und ich sag dir auch noch mal, wie du am Ende dann damit umgehst. Und so ist garantiert, dass wir hier die Zeit, die du auch hier investierst, die ich hier investiere, dass wir die bestmöglich nutzen und dich auch bestmöglich viel mitnimmst aus dem Webinar. Und das wäre mir wirklich ein großes Anliegen und da würde ich mich auch sehr freuen. Und genau. Ja, jetzt steigen wir auch direkt nach langer Vorrede ins Thema ein. Vorhin schon gesagt, die Wirbelsäule ist ein wirklich sehr imposantes Wunderwerk, wenn man es so dastehen sieht. Und ja, mit der Entwicklung des aufrechten Ganges war das ein wirklich deutlicher Vorteil, den die Menschheit auch bekommen hat. Einfach im Sinne der Orientierung draußen in der Natur. Ja, und da war diese aufrechte Haltung, die sich über Jahr, Millionen Jahre dann auch ausgeprägt hat. Wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil. Und ja, es ist tatsächlich so, ich zeige dir jetzt mal einige Zahlen, die doch dafür sprechen oder uns fragen lassen, warum denn die Wirbelsäule doch auch so fragil scheint. Und da möchte ich dir hier mal ein paar Zahlen zeigen. Also von allen, die Rückenschmerzen haben, also in 85 Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal im Leben Rückenschmerzen bekommen, zwei bis sieben Prozent der Betroffenen entwickeln chronische Schmerzen. Ja, chronische Schmerzen bedeutet, die haben Schmerzepisoden von über sechs Wochen. Ja, wenn du jetzt hier dabei bist und zu den Patienten, sage ich mal, mit chronischen Schmerzen gehörst, dann kannst du das sicher ganz gut nachempfinden, wie intensiv das ist. Aber auch, wer es jetzt noch nicht kennt, stell dir einfach mal vor, wenn du ja über sechs Wochen lang jeden Tag mit Rückenschmerzen auffasst, das Ganze spürst, das kann schon zur Belastung werden. Und deswegen auch ein sehr, sehr intensives Thema. Jeder fünfte Mann und jede siebte Frau leiden unter chronischen Rückenschmerzen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Zahl. Auch, ja, sehr fatal, die geplagte Altersgruppe ist zwischen 30 und 50 Jahre. Und das ist einfach, ja, das Alter der höchsten Erwerbsfähigkeit. Ja, da haben wir die meisten Erfahrungen, haben wir noch die meiste Kraft. In der Zeit, ja, gehen wir arbeiten, wollen für, ja, für unseren, ich sage mal, sagen Sie jetzt einfach mal Wohlstand, für unsere Versorgung nutzen, ziehen Kinder groß. Und genau in dieser, dieser Alterszeit, es ist so, dass da die meisten Rückenschmerzen auftreten. Und da muss man einfach schauen, was man da macht, wie man das Problem bestmöglich behebt. Und auch das war eine große Motivation für mich, hier das Webinar auch mitzuhalten. Und ich bin jetzt in die Gruppe mit reingerutscht und muss da selber auch aufpassen. Und deswegen ist das hier ein gutes und interessantes Thema. Ganz wichtig, 95 Prozent davon benötigen keine Operation. Auch das hat man in Studien, in Forschungsberichten auch vom Robert-Koch-Institut gezeigt. 95 Prozent benötigen keine Operation. Das bedeutet für mich ganz einfach auch, dass wir die Zügel, dass wir das Steuerrad selber in der Hand haben und auch gegen Rückenschmerzen selber aktiv vorgehen können. In Verbindung mit einem guten Arzt, in Verbindung mit einem guten Physiotherapeuten, aber auch ganz explizit du selber. Und da möchte ich dir heute einfach den Handwerkskoffer mit an die Hand geben. Also wirklich in den seltensten Fällen ist eine Operation nötig. Auch nochmal eine Zahl am Rande, die Produktionsausfallkosten, also die Kosten von Rückenschmerzen, die liegen bei 13,2 Milliarden Euro für Deutschland. Und das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Die liegen auf der Höhe oder sogar über Kosten, die durch Tabakkonsum und Alkoholkonsum verursacht werden. Und auch das zeigt die hohe Relevanz von Rückenschmerzen auf unserer Bevölkerung. Ja, da habe ich dir gesagt, bevor wir in die Praxis reingehen, ich gebe dir nochmal so einen kleinen Bauplan mit an die Hand. Jeder hat die Wirbelsäule schon mal gesehen, ein paar Infos dazu bekommen. Deswegen gehe ich einfach nur nochmal die wichtigsten Punkte durch. Was wichtig ist, ist die doppelte S-Krümmung. Die siehst du hier in dem rechten Bild, siehst du das doppelte ist ganz gut. Das ist die natürliche Haltung der Wirbelsäule. Und diese Form gibt uns einfach die nötige Flexibilität, die nötige Stabilität und Beweglichkeit. Und Ziel sollte es auch sein, diese Form zu erhalten. Wir werden später sehen, dass wir aufgrund verschiedener Alltagsverhaltensweisen sehr schnell dahin kommen, dass wir diese natürliche Form verlassen. Und dann ist ein Organ, was genau für diese Struktur gebaut ist, wenn sich Strukturen verändern, dann wird das Organ anfällig und dann geht einfach die Biomechanik, so wie es durchdacht ist, einfach stark verloren. Du siehst an der Wirbelsäule auch, dass die sieben Halswirbel relativ schmal sind. Und erst dann der Knick kommt zur Brustkyphose, nennt man das. Also diese leichte Rundung. Diese Wirbel werden dann immer größer, diese zwölf Brustwirbelsäule. Und im nächsten Knick dann zur Lendenwirbelsäule hin, die Lendenlordose. Da siehst du, dass wir wirklich sehr, sehr kräftige Wirbel haben, die sehr, sehr groß sind. Und das hat auch damit zu tun, dass die meiste Last dann unten auf diesen Wirbeln ist. Die müssen wirklich vom knöchernen Bau auch relativ stark sein und relativ viel aushalten. Und auch da bei bestimmten Erkrankungsbildern ist das auch eine wichtige Hintergrundinformation, die nachher wichtig ist. Unten haben wir dann das Kreuzbein, den Kreuzbein- und Steißbeinbereich. Hier haben wir die verknöcherten Wirbel, die jetzt einfach noch in dem Sinne wichtig sind, weil hier vom Kreuzbein auf das Darmbein die Kraftübertragung stattfindet. Und auch da ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger und sensibler Punkt. Da werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, Wirbelsäule ist die Verbindung zwischen unseren Armen und Beinen und sie lastet wie so ein Anker in der Mitte, wie bei dem Segelboot vorhin der Mast. Und da ist wirklich alles dran befestigt. Und nur so können wir auch in Fahrt kommen und aufrecht durchs Leben gehen. Und wichtig ist auch, die Wirbelsäule ist der knöchernen Schutz des Rückenmarks. Du siehst es, in den Wirbeln hast du den Spinalkanal. Da laufen die Nerven durch für Beine und Arme und die Organe. Und auch da komme ich später drauf zurück. Da können einfach auch viele Probleme entstehen, gerade wenn dieser knöchernen Schutz porös wird, wenn wir da Verschiebungen haben. Dann kannst du dir vorstellen, wenn das auf die Nerven drauf drückt, dann passieren halt so Probleme, wie das unser Bein plötzlich mal Ausfallerscheinungen hat, starke Schmerzen hat. Auch da werden wir, denke ich mal, immer wieder eingehen in dem Webinar. Ganz wichtig, die Bandscheiben, die ca. 25% der Höhe der Wirbelsäule ausmachen, die haben eine natürliche Stoßdämpferfunktion. Die wirken wie ein Gelenk und schützen halt, dass das einfach nicht Knochen auf Knochen liegt. Das kannst du dir vorstellen, dass wir nicht zielführen. Die Bandscheiben ermöglichen eine Beweglichkeit, eine Dämpfung und sind auch immer wieder sehr problemzentriert, sage ich mal, wenn wir von Bandscheibenvorfällen sprechen. Also das zeigt auch immer, dass Bandscheiben sehr, sehr anfällig sein können. Da wir da auch später nochmal drauf zurückkommen. An der Stelle zum Aufbau sind so zwei, drei Sachen wichtig, die ich dir hier mitgeben möchte. Und du siehst außen um die Bandscheibe, das ist hier das Graue, du siehst außen herum, das ist der Faserring. Der Faserring schützt innen den Gallertkern. Der Gallertkern, das ist ja eine Flüssigkeit, die einfach da, Flüssigkeiten können sehr, sehr gut Druck absorbieren und wirklich auch den Kräften standhalten, die auf die Wirbelsäule eintragen und die auch gut verteilen können. Und dieser Gallertkern ist geschützt durch außen herum diesen Faserring. Und der Faserring, das bitte merken, besteht aus Kollagenstrukturen. Und ja, das sind im Prinzip auch Eiweißverbindungen, die wie beim Gallertkern auch sehr wasserliebend sind. Das heißt, die können Wasser sehr gut binden, was einfach wichtig dann ist für die Dämpfeigenschaften. Aber entscheidend ist, dass dieser Faserring wie im Zwiebelprinzip hier aus Kollagen besteht. Dann, wenn wir nachher mal von Bandscheibenvorfällen sprechen oder auch von Ernährungsthemen für eine gesunde Wirbelsäule, da werden wir immer auf das Thema kollagene Faser nochmal darauf zurückkommen. Ist einfach eine wichtige Sache. Wenn wir um den gesunden Rücken sprechen, ich habe jetzt immer von der Wirbelsäule gesprochen, aber gemeint ist natürlich auch alles, was um die Wirbelsäule herum ist. Weil, wie bei dem Schiffsmast vorhin, wenn die ganzen Seile und alles fehlen, dann würde der Schiffsmast einfach umfallen. Und wir haben hier bei der Wirbelsäule wie ein Korsett und mit verschiedenen Querstrengen auch die Muskulatur hier rumliegen. Wir haben die kräftigen Rückenstrecker, die direkt neben der Wirbelsäule verlaufen. Wir haben ja die großen oberflächlichen Rückenmuskeln, den großen oberen Rückenmuskeln, der der Wirbelsäule oder dem Rücken immer so diese typische V-Formation gibt. Wir haben die seitliche Bauchmuskulatur und die gerade Bauchmuskulatur. Und das liegt einmal komplett um die Wirbelsäule rum und gibt dir einfach die nötige Stabilität, den nötigen Halt. Und da viele Rücken, also Freude und Leid bei der Wirbelsäule steht und fällt auch mit der Rückenmuskulatur und deswegen auch so ein wichtiges Thema, werden wir nachher auch, gerade wenn es um Muskelpflege, sage ich mal, geht, dann auch immer wieder darauf einkommen. Muskulatur ist ein ganz, ganz großer oder mit der wichtigste Ansatzpunkt für eine gesunde Wirbelsäule. Genau, Zusammenfassung jetzt aus dem Bauplan, da werden wir auch schon mit diesem anatomischen Teil auch schon durch, ist, dass wir die Wirbelsäule, den Rücken immer als Funktionseinheit betrachten müssen. Wir bleiben bei unserem Segelfahrboot, bei unserem Segelschiff heute als Beispiel. Sobald eine Funktion, also ein Teil nicht gut funktioniert oder fehlerhaft ist, dann können andere Bauteile darunter leiden. So wie das beim Boot, jetzt hier links, du siehst sehr, sehr verzorbt die ganzen Schnüre, die haben alle eine bestimmte Funktion. Und dasselbe ist auch bei unserer Rückenmuskulatur so. Wenn ein bestimmter Muskel, es ist oft so, dass bestimmte Muskeln nicht stark genug sind, zu viel Zug haben und wenn es da zu Verschiebungen kommt, dann leidet einfach die Struktur, die knöchernde Struktur, dann können die Bandscheiben leiden und dann kannst du zu Problemen kommen. Ziel ist also, dass wir das System so gut wie möglich austarieren und pflegen, dass die Wirbelsäule so stolz dasteht wie auch ein Segelfahrboot und du wirklich dann auch in Freiheit segeln kannst und aktiv durch deinen Alltag gehen kannst. Das dient uns jetzt erstmal als Fundament. Wir werden jetzt mal in typische Beschwerden einsteigen. Auch das sind nochmal die wichtigsten Themen, die häufigsten Erkrankungen, den häufigsten Beschwerdebilder, die ich hier mal ansprechen möchte. Eine Problemzone ist der Nacken. Warum haben wir Nackenbeschwerden? Hier nur mal ein Prinzip, was ich dir darstellen möchte. An dem Segelboot hast du vorhin gesehen, dass da Schnüre dran waren. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass bestimmte Schnüre viel, viel zu fest ziehen, dann kann es sein, dass das Konstrukt, der Mast in der Mitte darunter leidet. Und so ist das auch bei Muskeln. Du siehst jetzt hier am Nacken, ist sehr typisch das obere Gekreuzes-Syndrom, was sich dann auch so äußert, dass wir oft in diesen typischen Rundrücken reinkommen. Wenn wir viel am PC sitzen, wenn wir viel aufs Handy gucken, das hat jeder sicher schon mal gehört. Oder wenn wir viel in einer krummen Position auf der Couch sitzen oder im Auto. Wir haben in unserem Alltag immer die Tendenz, nach vorn zu fahren und uns klein zu machen. Wir orientieren uns sehr, sehr selten in der Natur, sind sehr, sehr aufrecht, orientieren uns nach vorn oder nach oben. Das passiert relativ selten und dann entsteht häufig so ein oberes Gekreuzes-Syndrom. Das ist so charakterisiert, dass unten die Brustmuskulatur, ich sage mal unten, vorne die Brustmuskulatur, hier steht verkürzt ist. Das bedeutet aber oft auch einfach nur, dass die einen sehr, sehr starken Zug hat. Dasselbe gilt auch oben für die obere Nackenmuskulatur, den Kapuzenmuskel, wie man auch sagt, der hinten ist, wo die Kapuze ist. Auch der ist oft, der hat einen relativ starken Tonus, eine relativ starke Spannung. Und dadurch liegt auf dieser Ebene schon mal eine große Spannung. Man ist wie so verzorrt, der Mast ist verzorrt. Und gleichzeitig können die Muskeln, die dem entgegenwirken könnten, das sind jetzt hier der tiefe Halsbeuger, die sind dann zu schwach in Verbindung mit dem unteren Trapezius und den Rhomboideen. Die sind einfach zu schwach und können nicht gegenwirken und aufrichten, weil die einfach zu selten benutzt werden, weil das im Alltag nicht so ganz klar ist. Und so will ich dir einfach mal zeigen, was denn passieren kann, wenn wir Muskeln nicht so benutzen, wie sie sollten oder wenn wir Haltungen einnehmen, wie wir die nicht sollten. Aber zu Nackenproblemen kommen wir dann später noch mal vertieft. Ein zweiter Bereich, der ähnlich auch ist, ist der untere Rücken. Und es gibt auch so ein unteres gekreuztes Syndrom. Und hier ist es oft so, dass zwei der verkürzten oder Muskeln mit einem starken Tonus, genau, sind der Musculus quadratus lumborum, der zieht vom, du siehst das hier am linken Bild halbwegs gut, der zieht vom Brustkorb runter zum Beckenkamm. Und das ist ein Muskel, der oft sehr, sehr verspannt ist. Wir merken das, wenn wir da mit Massage, mit Faszienbällen reingehen. Und da ist immer sehr, sehr viel Druck drauf. Der ist oft sehr verspannt und der sorgt dann auch für Rückenschmerzen und Verspannungen im Lendenwirbelsäulenbereich. Und dasselbe gilt auch für den Hüftbeuger. Der ist durch unsere sitzenden Positionen im Alltag immer, immer relativ kurz gehalten. Das heißt, der ist fast nie in seiner vollen Dehnung. Wenn wir jetzt im Stand oder im Dehnensinn oder im Ausfallschritt, dann wird der gedehnt. Der sitzt an der Lendenwirbelsäule an und geht nach vorne bis zum vorderen Oberschenkel. Und der will einfach gedehnt werden. Und wenn du dir vorstellst, dass wir die ganze Zeit sitzen, dann verkürzt der, verkürzt der, wie man auch sagt, hat einfach viel zu viel Zug. Und auch da durch diesen kräftigen Zug, durch die Verkürzung kann dann, wenn wir uns wieder aufrichten, immer Probleme im unteren Lendenwirbelsäulenbereich kommen. Genau. Auch ein wichtiges Thema. Auch da werden wir später noch drauf eingehen. Es gibt viele Menschen, die oft so einen ausstrahlenden Schmerz in die Beine mit haben. Da haben wir oft Probleme auch mit den Nervenbahnen. Dasselbe kann auch oben passieren im Bereich der Halswirbelsäule, was dann ein bisschen die Hände strahlt. Aber relativ häufig ist das Piriform-Syndrom. Und ich hatte das jetzt noch in meiner Zeit als Personal Trainer, wir hatten das relativ häufig, dass Menschen kamen mit eben diesen Problemen. Und es gibt den kleinen Piriform-Muskel, der ist im Gesäßbereich. Und auch der durch viele Sitzen, durch ungünstige Alltagshaltungen, bekommt auch einfach so eine Art Verkürzung, eine hohe Muskelspannung. Und es kann dann passieren, dass der auf den Ichas-Nerven drückt. Und der Ichas-Nerv verläuft genau zwischen Piriformis und Beckenknochen. Und dann kann es eben zu solchen Ausfallerscheinungen kommen, dass der Nerv schmerzt und dass es zu Schmerzen in den unteren Extrometreten, also sprich in den Beinen, kommt. Und da müssen wir einfach gucken, dass später das Thema Muskelpflege, diesen Muskel wieder bestmöglich zu entspannen, in seine Funktion zu bringen, um dann eben auch dem Nerv wieder Platz zu verschaffen und allgemein den Muskeltonus zu senken. Und da auch immer die Motivation jetzt für dich, das ist nichts, was nicht reversibel ist. Das heißt, wir müssen bloß rausfinden, wo kommen die Schmerzen her? Und dann können wir auch rausfinden, wie wir die beheben können. Und das soll die große Motivation für dich sein. Wenn du Schmerzen hast, dann, es ist immer einfach gesagt, aber es gibt Menschen, die dann einfach sehr schnell, man sagt, katastrophisieren. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn der Nerv dann schmerzt das Bein wehtut. Aber es gibt hier wirklich Abhilfe, wenn man die Ursache findet und gute Ärzte, gute Physiotherapeuten und auch eine gute Selbstbeobachtung können dir dabei helfen, die Ursachen auch zu finden. Die wichtigsten oder häufigsten Erkrankungen sind Bandscheiben. Also dazu gehören Bandscheibenvorfälle. Das ist gar nicht mehr so sehr im fortgeschrittenen Alter, sondern auch immer mehr im jüngeren Alter. Selbst die unter 30-Jährigen und die zwischen 30- und 50-Jährigen, da haben wir die meisten Bandscheibenvorfälle, ja, da kommen die größten Probleme und da ist es oft so, dass, wie wir vorhin gesagt haben, außen der Faserring entweder sich nach außen stark vorwirkt, weil einige Faserschichten schon aufgebrochen sind und der Gallertkern einfach nach außen drückt. Das sind so die Vorstufen von einem Vorfall bis hin zu dem, dass dieser Faserring wirklich aufgeht und der Gallertkern die Bandscheibenflüssigkeit quasi nach außen drückt und dann kann Bandscheibenvorfall auch problematisch werden. Wenn dann der Bandscheibenvorfall in Richtung des Spinalkanals geht, also da, wo deine Nerven verlaufen, den Rücken merkt, dann wird es durchaus äußerst schmerzhaft und dann spürt man das auch deutlich. Es gibt aber auch Bandscheibenvorfälle, die merkt man gar nicht, weil eben dieser Bandscheibenvorfall in die Richtung geht, die jetzt nicht direkt in Nervengewebe geht. Also das soweit zum Thema Bandscheibenvorfall. Auch hier werden wir gerade nachher noch mal zu Themen kommen, wie man denn sowas dann behandeln und vorbeugen kann. Wirbelkleiden ist oft eine arthrotische Erkrankung mit hier, leidet auch einfach das Knochengewebe in Verbindung mit schwachen Bandscheiben, sodass die Wirbel instabil werden nach vorn gleiten, ihre Position verlieren. Auch da kannst du dir vorstellen, der Spinalfackkanal, wenn sich das ineinander verschiebt zwischen Wirbeln, kann das auch schmerzhaft sein. Spinalkanal, Stenose, auch eine arthrotische Erkrankung, wenn sich Knochen auch wirklich auflöst, wenn sich am Knochen verschiedene Sporne bilden können und auch in den Spinalkanal reingehen. Dann auch ähnliche Ausfallerscheinungen, wenn du dir vorstellen kannst, dieser Knochensporn geht an die Nerven ran, dann kann es auch sein, dass die Nerven wie ein kurzzeitiges Aussignal bekommen. Nervensignale sind ja nur elektrische Impulse und wenn jetzt, ich sage mal, der Knochenspund, wenn ich das mal versuche, einfach zu erklären, da rankommt und das ausschaltet, dann kann es auch sein, dass Menschen stürzen, weil einfach das Signal in die Beine kurz ausfällt oder auch einfach öfter mal so Taubheitsgefühle sind. Das ist Spinalkanal, Stenose ist häufiger dann auch in der Altersgruppe über 50 Jahre dann, dass es einfach zu diesen Veränderungen, altersbedingten Veränderungen dann auch kommt. Skoliose ist eine seitliche Verschiebung dann auch der Wirbelsäule, dass sie einfach ihre natürliche Esskrümmung in die Seite hin verlässt. Auch das teilweise relativ schwer zu behandeln, man macht hier viel über muskuläre Aufbautherapie und auch Morbus Bechterev, ja es ist eine Autoimmunerkrankung. Auch hier das Immunsystem dann sehr, sehr aktiv, sorgt auch für Veränderungen an der knöchernen Struktur der Wirbelsäule und das sieht man, wenn Menschen sehr, sehr intensiv nach vorn geneigt sind, da kommt es dann bis zu einer Verknöcherung der Wirbelsäule, sodass man gar nicht mehr in die Aufrichtung kommt, ist relativ selten, aber auch relativ einschränkend und schwerwiegend, weil immer vorne wir eine Kompression haben und der Vorderbereich, der Lymphbereich immer sehr, sehr stark eingeschränkt sind. Man sagt, dass 80 bis 85 Prozent der Rückenschmerzen unspezifisch sind. Das ist häufig zurückzuführen dann auf Probleme am Muskelsehen und Faszienapparat. Es wird dann oft suggeriert, bei diesem unspezifischen Rückenschmerz, dass diese Schmerzen nur im Kopf sind, dass sie in psychischer Natur sind, dass sie stressbedingt sind. Das ist zum Teil wahr, aber ich möchte dir hier ganz klar sagen, das ist nicht immer nur die Ursache. Bei unspezifischem Rückenschmerz besteht immer eine Ursache. Es kann an verschiedenen Haltungsmustern, es kann an verschiedenen wiederholten Bewegungsmustern in unserem Alltag liegen, die sich einfach eingeschlichen haben und die eben zu diesen Schmerzen dann auch führen. Man muss bei unspezifischen Rückenschmerzen ist einfach oft, ja ich sag mal, im CT, im MRT nicht ganz so gut nachweisbar, nicht auf den ersten Blick ersichtlich und von daher muss man hier einfach nochmal eine tiefere Diagnostik machen. Da geht es auch einfach mal danach zu schauen, wie verhält man sich denn in seinem Alltag, was für Bewegungen macht man, jetzt kommt die Katze hier vorbei, die will uns immer mal besuchen. Was für Bewegungen macht man im anderen Alltag? Also die Diagnostik muss hier einfach nochmal tiefer sein. Wir wollen das nicht nur auf, es ist nur im Kopf, jetzt einfach abschieben. Auch da kann man nach Gründen suchen. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass es bisher jetzt schon mal ein guter Einblick für dich war. Wir gehen jetzt sehr stark in den praktischen Teil. Jetzt kannst du dein Logbuch auch nochmal wirklich mit rausholen und dir gerne Notizen machen, Ideen mitsammeln und da auch einfach mit fleißig mitschreiben. Wie gesagt, je mehr du von diesen zehn Regeln in deinem Leben auch umsetzt, beherzigst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es deinem Rücken auch gut geht. Die sind grundsätzlich auch dafür geeignet, wenn du jetzt überhaupt gar keine Rückenschmerzen hast, hier einfach nur präventiv bist, vielleicht immer Spannungen hast, dann bist du so oder so mit diesen Regeln gut aufgehoben. Aber auch wenn du Rückenschmerzen hast, dann wirst du hier gute Ansatzpunkte finden, auch bei den härteren Problemen, bei Wiederkehrenden oder bei Bandscheibenvorfällen allgemein, bei Wiederkehrenden, Hexenschuss relativ bekannt oder auch bei anderen Wirbelsäulenerkrankungen. Die zehn Regeln sind einfach der elementare Kodex, was eine gesunde Wirbelsäule braucht und wie wir eine gesunde Wirbelsäule dann erhalten. Die erste Regel, relativ einfach, aber eine der wichtigsten, wichtigsten Regeln, die du auf jeden Fall beherzigsten solltest. Schau bitte erstmal unten auf das Zitat hier, der Hinweis, und es ist ein schönes Zitat, also unsere Körper haben sich über Millionen Jahre dahin entwickelt, um eine Sache zu tun, um sich zu bewegen. Ja, ich habe es vorhin gesagt, und die Wirbelsäule ist sehr, sehr majestätisch, auch unser unser ganzer Körper ist sehr, sehr majestätisch, wozu wir in der Lage sind, was wir alles tun können. Dafür hat sich unser Körper, ja, dahin hat er sich entwickelt und er ist eben nicht dafür gemacht, das, was wir jetzt machen, also sprich sitzen, Zeit vor Bildschirmen zu verbringen, Zeit im Auto zu verbringen, uns passiv von A nach B transportieren zu lassen. Das ist alles immer bequem und wir nutzen das, ich selber auch, mit voller Begeisterung, also Autofahren ist eine tolle Sache, aber es ist nun mal so, dass unser Körper nicht dafür gemacht ist. Und ich habe es hier so sprichwörtlich hingeschrieben, Entschuldigung, Hallo, hier spricht die Evolution. Also, wir haben uns über Millionen Jahre stolz dahin entwickelt, dass wir aufrechte Jäger und Sammler sind und wenn wir uns jetzt anschauen, 85 Prozent der Menschen werden früher oder später Rückenschmerzen erfahren, viele werden chronisch. Das ist einfach ein Zeichen, dass wir unseren Körper nicht so benutzen, wie wir es sollten, weil oft ist die Ursache von Rückenschmerzen, sind leider auch einfach wir selber, das liegt in unseren täglichen Handlungen und das haben wir in unserem Einfluss. Und das ist einfach die große Motivation, die ich dir hier mitgeben möchte. Und was meine ich mit gesunder Bewegung? Es kann so einfach sein, es ist tatsächlich an der Stelle hier in Regel Nummer eins, das Gehen, was ich dir mitgeben möchte. Oh, falsche Richtung, gescrollt. Unsere Vorfahren sind marschiert gelaufen zwischen 20 und 40 Kilometer pro Tag. Wenn wir mal heute schauen, der durchschnittliche Büroarbeiter, hier unten steht es, 1.500 Schritte, ja, das sind so vielleicht die Umrechnung zwei Kilometer pro Tag, das ist ein Zwanzigstel, ein Zehntel von dem, wofür unsere Körper gemacht sind. Und unsere Wirbelsäule liebt es zu gehen, also der Rücken liebt dieses Gehen. Wir sind in einer aufrechten Position, es ist ein gutes Druckverhältnis für die Bandscheiben. Wir haben eine schöne Bewegung der Muskulatur, gerade der Muskulatur, die uns antreibt, Gesäßmuskulatur, Beinmuskulatur. Die Rumpfmuskulatur deaktiv ist auch immer in dieser Laufdiagonale, du kennst das, ein Bein schwingt vor, ein Arm geht zurück dabei und das ist immer eine schöne diagonale Bewegung für die Wirbelsäule, das reine Laufen. Das Beste, was du tun kannst, sind 10.000 Schritte am Tag und das soll auch schon soweit zu diesem Tipp reichen. Das ist eines der besten Rückentrainingsmöglichkeiten, vor allem wenn du noch eine gesunde Wirbelsäule hast, wenn sie wehtut, dann muss man da immer langsam sich erstmal wieder hinpasten. Aber das ist eine wichtige Sache, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Die 10.000 Schritte sind die beste Empfehlung, die man für die Gesundheit sowieso geben kann. Und da wären wir auch nicht müde, das zu sagen. Regel Nummer 2, wechsle regelmäßig deine Körperhaltung. Was meine ich? Regelmäßig, alle 30 Minuten, jede Stunde, mindestens einmal einen Wechsel stattfinden lassen, verbringen nie lange Zeit in einer und derselben Körperhaltung. Wir werden jetzt hier eine Stunde, zwei zusammen sitzen, danach ist es auf jeden Fall schon Zeit, die Körperhaltung zu wechseln. Und im Hintergrund ist es, ich habe dir vorhin gesagt, die Bandscheiben, die sind sehr flüssigkeitsliebend, da sind Proteine drin, die Flüssigkeiten gut binden können und das sollen sie auch tun, um eben diese Dämpferwirkung, um diese schmierende Wirkung auch auf die Gelenke zu haben. Und die Bandscheiben brauchen aber Entlastung, deswegen ist ja der Nachtschlaf auch so wichtig, die 8 Stunden Schlaf, da kann die Bandscheiben Flüssigkeit aufziehen, sich wieder vollsaugen, um für den Tag dann gerüstet zu sein. Und deswegen sind wir auch morgens so, sagt man, ein, zwei Zentimeter auch größer, weil, wie gesagt, die machen 25 Prozent der Höhe aus der Wirbelsäule, die mehr Flüssigkeit drin ist, umso größer wäre immer. Über den Tag hinweg haben wir natürlich den Druck, der auf unseren Körpern drückt und die Bandscheibe gibt Flüssigkeit wieder ab. Und über diesen Flüssigkeitsaustausch nährt sie sich auch, kommen verschiedene Nährstoffe wieder rein und das wollen wir so gut wie möglich fördern und nicht nur über die Nacht haben, dass wir nur einmal am Tag diese lange Regenerationsphase haben. Es sollte durchaus auch Ziel sein, dass du dir ein, zwei Mal am Tag mindestens die Zeit nimmst, dich mal wenigstens in die Rücklage zu begeben. Wenn du es denn kannst, wenn du es beruflich einrichten lässt, das ist natürlich nicht immer so einfach, aber mal so die typische, der typische Powernap, wenn du es denn kannst, mit Füßen hochlegen. Es muss auch, es können auch einfach mal notfalls zwei Stühle sein, wo du die Füße hochlegst, dass du den Bandscheiben Zeit gibst zu regenerieren. Du siehst links, die drei Positionen sind deutlich viel entspannend. Hier sind wir in der Flüssigkeitsaufnahme. Gerade diese Position hier oft für Menschen mit Rückenschmerzen mit auch Problemen ist super, um die Bandscheiben wieder vollsaugen zu lassen. Alles andere, sitzen, stehen, vorbeugende Neigungen, wenn du das zu lang hintereinander machst, ist die Bandscheibe zu lang unter Belastung und auch hier einfach wechselnde Positionen einnehmen und du siehst auch, was der Unterschied zwischen Stehen und Sitzen allein schon ausmacht. Also das ist schon ein gewaltiger Druckunterschied. Stehen ist deutlich, ich sag mal, druckärmer, weniger Belastung für die Bandscheibe als das Sitzen jetzt in dieser Position, wie wir jetzt hier sitzen. Und deswegen sind auch Stehschreibtische zum Beispiel jetzt im Büroumfeld so eine gute Empfehlung, weil wir hier einfach sehr, sehr nah in unserem natürlichen Optimum mit der natürlichen Haltung sind und das ist eine gute Sache. Also regelmäßig die Körperhaltung wechseln, die typische Mittagspause ist hier eine gute Sache. Regel Nummer 3, entterne ungünstige Bewegungs- und Haltungsmuster in deinem Alltag. Und hier sind wir beim Thema unspezifischer Rückenschmerz. Wenn du Rückenschmerzen hast, die Ursache für dich sehr, sehr schwer zu finden ist, der Arzt dich rauf und runter geröntgt hat, CT, MET gemacht hat und nichts findet, dann wird, dann kann das Problem in deiner Muskulatur liegen, das dadurch bedingt ist, dass du falsche oder ungünstige Bewegungs- und Haltungsmuster in deinem Alltag hast. Unser Körper ist zu wahnsinnig viel imstande, hält viel aus, wir können wahnsinnig, wir können schwere Gegenstände heben, auch mit runden Rücken. Das ist ein-, zweimal gar nicht so schlimm, aber wenn wir es immer wieder wiederholen, ganz, ganz oft immer in diese falschen Haltungen rein trainieren, dann wird es fatal und dann leidet auch die Muskulatur drunter, dann leiden die Bandscheiben drunter und dann wird es problematisch. Was du jetzt hier links siehst, sind einfach so typische Tätigkeiten, die wir sehr, sehr häufig machen und wenn du nachher nochmal das Skript durchliest, Folie 18 hier einfach nochmal in dich gehen, was sind deine typischen Bewegungen in deinem Alltag? Jeder hat ganz, ganz andere Bewegungsmuster, wie er sich verhält und dann muss man einfach mal schauen, was sind Orte, wo verbringst du am meisten Zeit und wie verbringst du die Zeit in diesen Orten? Wie sitzt du in deinem Stuhl? Wie sitzt du in deiner Couch, in deinem Auto und wie liegst du auch im Bett? Vielleicht ist das durchgelegen, da geht es um klare Ergonomie. Mir ist zum Beispiel, ich habe jetzt im Zuge des Webinars, es ist mir aufgefallen, habe ich selber mal meinen Alltag so analysiert und mir ist aufgefallen, mein Auto, das ist kein Sportwagen, aber es ist relativ sportlich. Ich habe eine sehr, sehr niedrige Frontscheibe und ich bin relativ groß. Wenn ich im Auto sitze und nach oben auf die Ampel schauen möchte oder allgemein weiter runter, muss ich mich immer so ein Stückchen klein machen. Das ist komisch, weil der Himmel vorne vom Auto so tief ist und ich merke, dass ich beim Autofahren immer in so einer gekrümmten Haltung nach vorne bin. Und wenn ich jetzt Nackenschmerzen bekomme, ich fahre in Nicht-Corona-Zeiten, fahre ich oft ein, zwei Stunden am Tag und stell dir vor, ich bin die ganze Zeit in dieser Haltung. Das sorgt halt für Schmerzen und da ist es deine Aufgabe zu finden, was sind bei dir eben diese Haltungen, in denen du viel Zeit verbringst. Und rechts siehst du jetzt hier, hast du bestimmt schon neugierig draufgeschaut, der typische Smartphone-Nacken. Ja, auch hier gab es eine sehr, sehr interessante Studie aus dem Jahr 2014. Hier wurde mal verglichen, welche Kräfte denn wirken, wenn wir den Kopf einfach nach vorne einrollen. Ja, und wie wir das beim Handy eben auch machen. Wenn unser Kopf normal so zwischen 5 und 6 Kilo wiegt, dann wirken bei der stärkeren nach vorne Neige und wir aufs Handy gucken, dann wirken das 5- bis 6-fache der Kräfte. Man sagt so zwischen 14 und 27 Kilogramm, die hier wirken, im Vergleich zu 5 bis 6 Kilogramm, wenn wir die Halswirbelsäule ständig so nach vorne nehmen. Und wir haben Bildschirmzeiten am Handy von einer bis zwei Stunden durchschnittlich am Tag und die ganze Zeit in der Position. Das ist wie in meinem Autobeispiel, das ist schon intensiv. Und du kannst dir vorstellen, es wirkt die ganze Zeit, wie wir es vorhin beim oberen gekreuzten Syndrom hatten, Zug auf den Nacken, vorne die Muskulatur verkürzt und die Bandscheiben haben vorne ein wahnsinnig, die werden gequetscht, die haben ein wahnsinnig hohes Druckverhältnis. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir über die Jahre hinweg viele Menschen diesen typischen Schildkrötenhals entwickeln und da Schmerzen bekommen. Also Handynutzung ist so eine große Baustelle von vielen Leuten und das zur Regel 3, interne, ungünstige Bewegungs- und Haltungsmuster. Erst recht, wenn du schon Schmerzen hast und präventiv, wenn du sie eben noch nicht hast. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir erstmal bewältigen müssen, bevor wir überhaupt über andere Behandlungsmethoden sprechen. Kommen wir zur Regel 4, die Muskelpflege. Auch da habe ich dir mit an die Hand gegeben, dass Muskulatur häufig eine Quelle ist für unspezifischen Rückenschmerzen, für Rückenschmerzen, die nicht so ersichtlich sind, nicht so klar im bildgebenden Verfahren zu ersichtlich sind. Und Faszien sind ja vielleicht ein Begriff, ist ja auch immer populärer geworden in den letzten 5 bis 10 Jahren. Faszien, das sind so die Muskelhülle, die um unseren Muskel herumliegt, die ihm die Form gibt. Und die haben wahnsinnig viele Nervenendungen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schmerzsensibles Gewebe. Und wenn wir jetzt unsere Muskulatur, ich sage es auch wieder einfach, nicht so benutzen, wie wir sie benutzen sollen, dann werden diese Fasern, diese Faszienfasern, die verkleben, die bekommen eine ungleichmäßige Struktur, weil sie einfach nicht so benutzt, sie haben die greifen untereinander, haben ein verschiedenes Kleidverhalten, dann auch um dem Muskel seine Funktion zu geben. Und wenn das verklebt und sich verhardert, hast du immer Spannung auf dem Muskel und durch die Nerven, die da drin sind, auch immer so ein Schmerzpunkt. So Triggerpunkte sind oft auch Faszien gesteuert. Und was hier helfen kann, ist Muskelpflege in Form von durchblutungsfördernden Maßnahmen und auch ja taktilen Reizen, wie jetzt Massagen, wie Faszientraining. Aber auch hier ist wichtig, beim Faszientraining kann man auch jede Menge ungünstige Sachen machen. Es gibt oft sehr, sehr harte und feste Rollen, viele Rollen damit direkt auf dem Knochen rum. Da muss man einfach aufpassen, was man macht, was man für Materialien nimmt. Und da bekommst du nachher auch nochmal Tipps. Auch hier kann uns die Ergotopia ganz gut unterstützen, wie du denn dein Faszientraining gut gestalten kannst und was da für Materialien auch mit zu empfehlen sind. Aber so 10, 15 Minuten am Tag Muskelpflege, dazu gehört für mich auch Dehnung und wie gesagt auch mal andere Entspannungsverfahren, Wärme oder Kälte. Auch das ist unter Muskelpflege hier gemeint. Ziel ist immer, Faszien zu trainieren und auch Anspannung aus dem Muskel rauszukriegen, durch verschiedene Entspannungstechniken. Regel 5, das will ich relativ kurz halten. Gerade wenn du schon beim Arzt warst wegen Rückenschmerzen, wähle deinen Rückenexperten weise. Also wenn wir mal drüber nachlegen, während unserem Rücken so rumdoktert, sind das häufig Orthopäden, Sportwissenschaftler wie ich, Physiotherapeuten, Schmerztherapeuten, aber auch wegen der psychischen Komponente, Psychologen oder auch, ich sage mal, der Apotheker, wenn wir mit Rückenschmerzen zur Apotheke gehen und die Ipuprofen hingestellt bekommen, dann auch der Apotheker. Wichtig auch hier, deswegen das Fernrohr, in der Frage bitte immer, welchen Horizont hat dein Therapeut, wie weit denkt der? Ja, es ist in federlei Studien, in Meta-Analysen. Also Studien tun sich oft schwer, klare Verhaltensregeln für einen gesunden Rücken zu empfehlen. Aber die große Gemeinsamkeit ist immer das interdisziplinäre Ansatz, also ein Ansatz aus Bewegungstherapie, Entspannungstherapie und Ernährungstherapie, dass diese am effektivsten sind. Das heißt, es würde nicht helfen, wenn man jetzt nur aus einem Handlungsfeld, sage ich mal, Behandlungen rausfährt. Es wird nicht nur nützen, auf den Knochen zu schauen, es wird aber auch nicht nur nützen, nur auf die Muskulatur zu schauen. Man muss immer aufs große Ganze schauen und du weißt, da können viele Ärzte, viele Arztpraxen auch gar nicht viel dafür, das ist einfach unserem System geschuldet, dass Patientenzeiten vielleicht maximal 15 Minuten sind, die Wartezimmer voll sind und man sich gar nicht so viel Zeit nehmen kann für den Patienten, wie man das auch wollte. Da kann man sich ja, denke ich, auch viel Verständnis mit aufbringen und du musst einfach auch selber schauen, dass du dir selber viel Wissen mit aneignest. Das hoffe ich, dass ich dir da hier auch viel Infos mit auf den Weg geben kann und du hast auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Experten hin und her zu switchen und dir auch verschiedenen Rat dann mitzuholen und gerade wenn es intensiver wird, mit den Schmerzen dann auch mal eine Zweit- oder eine Drittmeinung mit einzuholen und den Behandlungsansatz so groß wie möglich zu machen. Ja? Regel Nummer 6. Und gerade dafür ist auch dein Logbuch wichtig, was du heute führst, aber auch ansonsten lohnt es sich, gerade für diejenigen, die immer mal wieder so Schmerzevisoten haben, wo immer mal der Nackenzweck, der Unterrücken wehtut, Taubheitsgefühle im Bein sind, das zwar noch nicht chronisch ist, da einfach mal so ein Schmerztagebuch, so ein Logbuch zu führen und zu schauen, wenn diese Schmerzevisoten kommen, was habe ich denn in den letzten 24 Stunden, in den letzten 48 Stunden gemacht, was dazu geführt haben kann. Das sind die besten Informationen, die du bekommen kannst. Ja? Weil schlussendlich entstehen Rückenschmerzen durch unser Verhalten in unserer Umgebung und da müssen wir einfach schauen, wie haben wir uns an dem Tag verhalten, was haben wir gemacht, was könnte zu den Problemen geführt haben und es verstärkt haben. Da hilft es einfach, sich mal Notizen zu machen, wenn du bestimmte Schmerzepisoden hast, wie stark sind die Schmerzepisoden und diese Fragen hier links zu beantworten und für dich da einfach in eine Art Tagebuch zu führen. Regel Nummer sieben, auch das kennst du, wenn du bei uns öfters schon in Webinaren mit dabei warst. Wir pflegen immer einen sehr, sehr großen, breiten Ansatz und ich möchte dir mal hier deinen Körper, wenn du dir den mal als Fass vorstellst, dann haben wir vorhin schon gesagt, unser Körper ist in der Lage, wahnsinnig viel auszuhalten. Das hat eine enorme Füllmenge und unser Körper kann viel Stress, viele Probleme ertragen. Damit kann er gut umgehen. Wir können, wie gesagt, schwere Lasten heben, können auch mal Erkrankungen überstehen, Stress überstehen. Wir haben eine gewisse Resilienz auch. Wenn aber das Ganze viel, viel zu viel wird, viel zu chronisch, zu häufig wird, gerade Stichwort Alltagsstress, Zeitmangel, schlechter Schlaf, dann füllt sich das Fass immer mehr und dann kommen wir auch zu der großen psychischen Komponente, die auch oft im Bereich Rückenschmerz genannt wird, dass einfach das Fass so voll ist, dass wir so viele Einflüsse auf uns haben, dass der Körper ein Ventil sucht und das ist bei vielen ganz, ganz unterschiedlich. Das können Rückenschmerzen jetzt sein, darüber werden wir besprechen. Das können aber auch Allergien, Kopfschmerzen, auch Schilddrüsenerkrankungen sein. Das kann alles, alles möglich sein, weil unser Körper einfach so komplex ist. Und da musst du einfach schauen, dass du einen großen, breiten Ansatz hast aus allen möglichen Themen. Und ich möchte jetzt gar nicht so tief eingehen, aber wichtig ist, dieses Fass immer zu lernen durch die Seiten, die hier auf der rechten Ebene sehen und die du auch bei Schnell einfach gesund auf unserem Magazin und hier in den Webinaren auch immer mit an die Hand bekommst. Und genau, an diesem vollen Fass eben darin sind auch oft diese psychischen Komponenten, diese Art Ventil mitbegründet, wenn wir Rückenschmerzen bekommen. Regel Nummer 8, auch hier, Vorsicht vor passiven Behandlungen. Ich will das gar nicht, verstehen mich nicht falsch, ich will das nicht als negativ äußern, gerade passiv, was meine ich mit passiv Behandlungen? Das ist alles, was Massage, manuelle Therapie, Physiotherapie, die passiv durchgeführt wird oder auch, ich habe es hier so spaßensalber hingeschrieben, Ibuprofen oder auch Schmerzmittel. Das ist eine passive Behandlungsform, die soll in erster Linie den Schmerz heilen, also das Symptom, aber sie kurieren nicht die Ursache. Und die Ursache kurieren immer aktive Behandlungen, das heißt Dinge, die du selber veränderst, die du selber aus eigener Kraft dann auch ansprichst und veränderst. Massagen und Physiotherapie sind gut fürs Wohlbefinden, aber keine dauerhafte Lösung. Auch Physiotherapie, das will ich jetzt hier nicht über einen Kamm scheren, auch da bekommst du eine aktive Anleitung, was du tun sollst, was es für Möglichkeiten gibt. Aber immer, wenn jemand an dir Hand anlegt und du etwas nicht tust, dann sind das einfach passive Verhandlungsformen und die sollten du nicht überhand nehmen, darauf solltest du nicht allein vertrauen. Du sollst selber für dich Wege an die Hand bekommen. Wenn du aus der Physiotherapie rausgehst und keine eigenen Übungen mit an die Hand bekommen hast, irgendwas an die Hand bekommen hast, was du selber noch machen kannst und immer mehr Wissen generierst aus diesen Physiotherapie-Handlungen, wie du selber mit deinem Körper umgehen kannst, dann ist das für dich nicht der richtige Ansatz, sondern brauchst du einen breiteren Ansatz. Und das ist die große Empfehlung, die ich dir an der Stelle geben möchte. Regel Nummer 9, auch das in der Ankündigung, gerade die Ernährung spielt immer eine wichtige Rolle für uns. und unser Körper besteht immer nur aus verschiedenen Bausteinen und die Wirbelsäule ist ebenso aus diesen Bausteinen zusammengesetzt. Das heißt, wir können auch einen starken Rücken essen, sage ich mal. Und es gibt verschiedene Lebensmittel, die einen gesunden Rücken fördern können. Einfach aus dem Grunde, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist, was da für Strukturen auch sind. Ich habe dir vorhin gesagt, dass du dir mal bitte merkst, woraus die Bandscheiben bestehen. Ich habe dir gesagt, dass außen dieser Faserring aus Kollagen besteht. Aus Kollagenfasern. In dem Sinne kann es ja nur eine Empfehlung sein, auch ausreichend Lebensmittel mit Kollagen zu essen, dass einfach wir die nötigen Bausteine und Struktur haben, dafür stabile und gesunde Bandscheiben zu entwickeln. Und das ist ja für mich, denke ich, ein fantastischer Tipp. Und wenn man bedenkt, dass unsere Ernährung heutzutage sehr, sehr kollagenarm ist, ist, wir essen meistens nur sehr, sehr mageres Muskelfleisch. Wir essen kein Knorpelgewebe. Wir trinken immer seltener Knochenbrühe. Die Omas Lieblingssuppe, Omas Lieblingssuppe, genau, trinken wir oder nutzen wir immer weniger. Und da ist so, so viel Kollagen drin. Und das brauchen wir einfach für stabile Bandscheiben und gute, stabile Knochen. Dasselbe geht für Omega-3 aus Fisch- und Meeresfrüchten. Unser Rückenmark, unsere Nervenzellen, die sind sehr, sehr Omega-3-reich. Also gerade die Omega-3-Säure DHA ist sehr, sehr stark in unserem Nervengewebe vertreten. Auch die Omega-3-Fettsäure EPA ist sehr, sehr stark vertreten als antientzündliche Fettsäure in unserem Körper. Und die brauchen wir einfach für einen starken Rücken, für ein starkes, gesundes Rückenmark. Und dadurch, dass auch Omega-3 die Myelinschicht außen herum um die Nervenzellen stärken kann, kannst du einfach deine Nervenzellen, die Nervenfasern dadurch stärken. Dasselbe gilt für Magnesium. Magnesium, besonders wichtig, auch für starke Knochen, für einen guten Stoffwechsel. Auch wiederum wichtig für eine gute, funktionierende Muskulatur. Eine sehr regulierende Muskulatur, die nicht überspannt ist, sondern einen ganz normalen Tonus hat. Da sind einfach diese Lebensmittel, die ich dir hier aufgelistet habe, besonders wichtig. Gerade auch Proteinquellen für die Muskulatur, B-Vitamine auch für die Muskulatur. Und auch pflanzliche Lebensmittel wie Ingwer und Kurkuma hier einfach um Entzündungen zu reduzieren, weil wir auch häufig Entzündungsprozesse an der Wirbelsäule auch mit haben. Und da Ingwer und Kurkuma auch zwei gute Lebensmittel, die dir hier helfen können. Weiterhin wichtig, Nahrungsergänzungsmittel, einfach wenn du es nicht schaffst, diese Lebensmittel in den Mengen zu konsumieren, dann kannst du das auch von uns hier noch mal gute Empfehlungen dann für auch Nahrungsergänzungsmittel, die Sinn machen. Gerade Omega-3-Fettsäuren haben oft zu wenig in der Ernährung und die regenerieren, wie gesagt, Nervenzellen, Magnesium für Knochen, Muskeln, Vitamin D eben auch für eine starke Wirbelsäule. Auch wenn wir hier Richtung Stichwort Osteoporose sprechen, in Richtung Spinalkanalstenose, da brauchen wir einfach einen starken Knochenstoffwechsel und da ist Vitamin D, Magnesium, Kollagen einfach eine gute Kombi, um auch starke Knochen zu bekommen. Kollagen, wie gesagt, wenn du Bandscheiben hast, wenn du Probleme mit den Bandscheiben hast, ein Bandscheibenvorfall, eine Vorwirkung der Bandscheibe, auch hier kann einfach neues Material dabei helfen zu regenerieren und einfach in Verbindung mit Vitamin C, das erhöht die Verfügbarkeit von Kallagen im Körper. Da kannst du deiner Wirbelsäule wirklich was Gutes tun. Ingwer, Kurkuma-Extrakt, gerade bei bestehenden Erkrankungen, auch bei bestehenden Problemen, einfach um Entzündungsherde wieder zu lindern, um auch Schmerzen zu reduzieren. Da sind diese Pflanzenextrakte wichtig. Und auch hier haben Studien gezeigt, jetzt auch ganz aktuell bei CBD-Öl, also aus Hanf gewonnen. Auch das hat einen wahnsinnig entspannenden Effekt auf den Körper, auf die Muskulatur und kann Schmerzen reduzieren. Zur Schmerzreduktion ist auch Omega-3 wirklich sehr, sehr gut. Auch hier hatte ich eine Studie, die das verglichen hat. Und diese Studie hat ähnliche Wirkungen erzielt wie Ibuprofen. Also gleiche Wirkungen wie Ibuprofen erzielt, auch in der Akutphase. Das heißt, wenn du Schmerzen hast, wir empfehlen sowieso zwei Gramm pro Tag Omega-3-Fettsäuren. Auch hier einfach mal mit der Dosierung spielen. Und die Dosierung, es gibt teilweise auch Empfehlungen, bis zehn Gramm Omega-3 am Tag, die Sinn machen können, wenn bestimmte Erkrankungsbilder vorliegen. Und auch hier dann die Empfehlung, dich mal an einen Orthomolekularmediziner zu wenden, an einen guten Heilpraktiker, der dafür offen ist, und dann einfach mal gemeinsam zu schauen, welche Nahrungsergänzungsmittel hier auch Sinn machen könnten. An der Stelle vielleicht auch noch wichtig, die wenigsten Rückentherapie heute denken daran, auch mal ein Blutbild machen zu lassen, das über die normalen Entzündungswerte hinausgeht. Also nicht immer nur ein großes Blutbild, sondern auch mal zu schauen, wie viel Magnesium, wie viel Vitamin D hast du denn im Körper. Auch das fehlt oft in der klassischen Rückentherapie. Und das bitte auch im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, gerade wenn wir davon sprechen, dass wir unserem Körper die Bausteine geben wollen, die er braucht, dann musst du einfach sicher gehen, dass du keine Mangelerscheinungen in deinem Körper hast. Und da dient ein Bluttest wirklich auch noch mal gut, um das herauszufinden. Jetzt Regel Nummer 10, Bewegung, war jetzt bisher noch sehr wenig drin, kommt aber nachher noch mal intensiv. Das ist jetzt hier auch so provokativ formuliert, aber es soll einfach heißen, bewege dich, wie gesagt, bewege dich wie ein Mensch. Versuche die Bewegungen nachzuvollziehen. Das sind die hier jetzt an der rechten Seite die Stichpunkte, für die unser Körper gebaut ist. Unser Körper, das ist ein natürliches Bewegungsmuster, sind Hebebewegungen, Siehbewegungen, Schubbewegungen, Tragen, sogar Krabbeln, Klettern, Balancieren und Gehen. Wenn du dir vorstellst, wofür unser Körper gemacht ist und gerade die Evolution lief über Millionen von Jahren, hat sich die Wirbelsäule ausgebildet. Und erst in den letzten 150 Jahren haben wir neue Bewegungs- und Haltungsmuster eingegangen, sodass die Wirbelsäule nicht nachkam. Wir sind von unserem Körperbau, unserer Struktur, wenn wir es nicht auch, wenn wir es nicht wahrhaben wollen, sind wir immer noch der Steinzeitmensch. Das heißt, unser Körper möchte, um stark zu sein, immer noch diese Bewegungen ausführen. Und wenn du dir vorstellst, der Mensch hat früher schwere Gegenstände gehoben, vielleicht sage ich einfach mal, einen Baumstamm gehoben und auch gezogen, um sich eine Hütte zu bauen, verschiedene Gegenstände weggeschoben, um vielleicht irgendwo drunter zu kommen oder sich auch was zu bauen, geschiedene Hebenstände über lange Strecken getragen. Musste auch krabbeln, auch das ist eine Übung. Ich mache immer mal eine Sportübung, einfach krabbeln. Das ist ganz natürlich, wenn man, wenn du dir auch vorstellst, dass man einfach in die tieferen Ebenen gehen muss, um irgendwas zu sammeln, im Gestrüpp herumzukriechen, um von A nach B zu kommen. Klingt verrückt, aber unser Körper ist dafür gemacht und gerade für unsere Wirbelsäule ist diese Bewegung, wir kommen ja auch aus diesem Vierbeinergang, kann das auch eine sehr, sehr gute Therapieform sein. Ebenso wie Klettern, irgendwo hochzuklettern. Es gibt sogar eine Form des therapeutischen Kletterns. Auch das Bewegungsform, die wir einfach brauchen, balancieren und auch wie das angesprochene Gehen, dafür sind wir gebaut. Wir nutzen heutzutage einfach Krafttraining, weil von uns keiner mehr rausgeht in den Wald und Baumstärme zieht und schleppt. Das macht einfach keiner mehr. Das kann man machen, das ist auch eine Empfehlung. Aber wir simulieren das mit der linken Seite. Das heißt, ich habe dir hier ein paar Übungen aufgeschrieben. Ich kann jetzt nicht jede vertiefen, auch aufgrund der Zeit. Aber auch das sind einfach Übungen, hier einfach mal im Fitnessstudio oder mit einem Personal Trainer, mit einem Physiotherapeuten. Das sind die Grundübungen, für die ein Körper gemacht ist und mit denen wir diese Bewegungen auf der rechten Seite simulieren können. Und zwei Trainingsgeräte, die ich dir hier empfehlen kann, ist das TRX, der Schlingtrainer. Du siehst das hier unten rechts, die Dame. Die macht eine Zugbewegung, ist ein Ruderzug und das ist eine super Übung für den starken Rücken. Und hier oben, der mit der Kettebill, der macht den Kettebill-Swing. Auch das ist eine sehr, sehr starke Übung, auch für den oberen Rücken, für die Beinmuskulatur. Also zwei meiner Lieblingsübungen für den starken Rücken. Auch da haben wir Artikel auf schnell einfach gesund zu, wenn du mal nach TRX-Training und Kettebill-Training suchst. Da kannst du dich auf uns inspirieren lassen. Das würde jetzt den Rahmen dessen hier sprengen. Du darfst einmal durchatmen. Wir haben jetzt schon den Rückenkodex, die zehn Regeln geschafft. Ich hoffe, du hast jetzt auch schon einen Zettel recht gut ausgefüllt. Wenn nicht hast, da kommen jetzt immer noch mal ein paar Tipps. Du kannst dich einfach mal strecken. Reflektier mal, in welcher Position du jetzt schon sitzt. Vielleicht habe ich dich erwischt. Du bist jetzt vielleicht nach vorn geneigt oder irgendwo eingerollt. Einfach mal noch mal aufrichten, strecken. Wir sind jetzt schon im Endsport. Und gehen jetzt noch mal in den Feinschliff der Präsentation rein. Wir werden jetzt noch mal spezifischer werden. Und genau. Hoffe, dass du hier noch weiterhin viel mitnehmen kannst und einfach mal kurz durchatmest. Ja. Bevor ich dir jetzt dann gleich den einfachsten Rückentrainingsplan der Welt an die Hand gebe, wie ich dir das versprochen habe, kommen wir jetzt erst mal noch mal zu ein paar nützlichen Tools für einen befreiten Rücken, die du in deinem Alltag einsetzen kannst. Das sind einerseits, ich habe gesagt, Orte, Gegenstände, an denen wir viel Zeit verbringen. Deswegen sind die ergonomischen Möbel auch immer eine gute Sache. Allgemein auch eine ergonomische Einstellung, auch von deinem Autositz. Es gibt verschiedene Tools, wie Akupressurmatten, wie die Faszientherapie, die Lichttherapie und auch die Fitnessgeräte, die ich dir schon empfohlen habe, die du für einen gesunden Rücken nutzen kannst, um einfach auch in deinen Alltag das wieder reinzuhören, was den Rücken gut tut. Ja, und wie ein guter Seefahrer bekommst du jetzt hier Tools an die Hand, die ich dir einfach mal vorstellen möchte. Die erste Empfehlung auch in Zusammenarbeit mit Ergotopia. Akupressurmatten sind hier vielleicht schon mal untergekommen. Die Akupressur ist aus der traditionellen chinesischen Medizin, in der man einfach die bestimmten Meridiane in unserem Körper triggert durch Akupressur, um auch so Entspannungseffekte über das Nervensystem, über verschiedene Nervenbahnen, über Meridiane in unserem Körper anspricht. Und so eine Mischung aus traditionell chinesischer Medizin und du kennst vielleicht diese indischen Nagelbetten, wo so ganz viele Nägel aus dem Holzbrett kommen und sich die da drauflegen. Und das hat man nachgebildet, diese beiden traditionellen medizinischen Verfahren und Akupressurmatten konstruiert. Und diese Akupressurmatten können Verspannungen lösen und Tiefenentspannungen fördern. Ich nutze selber so eine Akupressurmatte, um einfach nach langen Tagen und für diese nach dem Arbeitstag dann für diese Liegephasen und den Rücken zu erholen, einfach auch als Tiefenentspannung diese Matten dann mitzunutzen. Die fördern die Blutzirkulation, entspannen die Muskulatur, steigern sofort das Wohlbefinden, die Regeneration und sorgen dafür, dass wir Endorphine und Oxytocin freischütten. Auch das hat man in Studien zeigen können, wie intensiv Akupressur auch wirklich wirken kann. Das ist jetzt simuliert mit kleineren, das sind keine direkten Nadeln, sondern einfach viele hunderte Spitzen, die auf einer gleichmäßigen Ebene, auf der du dann draufliegst, das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber wirklich eine gute Sache, die sehr, sehr gut funktioniert, man mag es nicht glauben. Aber für mich, wenn ich da draufliege, ich brauche so eine Minute, dann habe ich mich daran gewöhnt und es ist einfach so ein super tiefer, warmer, entspannender Effekt und da, wie gesagt, die Empfehlung auch, es gibt sehr, sehr viele Produkte am Markt, aber auch hier ist wichtig, das ist einfach geprüfte, das ist, wie gesagt, auch ein medizinisches Gerät, das ist geprüftes, von Medizinern, von Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten und das ist hier bei Ergotopia der Fall, da kannst du einfach sicher sein, dass das gute, geprüfte Materialien sind, die auch für den Rücken dann funktionieren. Da bekommst du, ich schicke dir auch jetzt eine, also du bekommst jetzt automatisiert eine Mail und da sind, ist nochmal der Link zu Ergotopia und zu der Matte mit drin und du bekommst auch einen Rabattcode mit schnell einfach gesund 5, sparst du nochmal 5% auf diese Akkupressurmatte und hast auch, das ist das Gute daran, bei Ergotopia 60 Tage Rückgabegarantie, weil es gibt immer so 10% der Menschen, auch das war in der Studie, bei 90% der Menschen hat es bei Schmerzen zu einer Schmerzlinderung geführt und bei 10% der Menschen hat es nicht unbedingt funktioniert, auch das kann immer mal passieren, das gehört auch dazu und du hast eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie und da kannst du einfach hier unter dem Link, den ich dir dann schicke, einfach davon Gebrauch machen. Ja genau, hier nochmal zur Akkupressurmatte, du siehst hier links, es sieht gefährlich aus, aber dadurch, dass das sehr, sehr verteilt ist über den Rücken, ist die erste, bei mir ist es eine Minute, sonst sagt man die ersten 10, 20 Sekunden so eine Gewöhnung, man legt sich da drauf, das ist wie wenn man in die heiße Sauna geht, da ist erst mal so ein innerer Widerstand und dann beginnt aber so nach 20 Sekunden bis einer Minute die Durchblutung angeregt zu werden und das ist auch der große Vorteil, die vielen Nadeln, sage ich mal, diese vielen Spitzen reagiert der Körper einfach, die Haut wird spürbar wärmer und rot, also quasi wie in der Sauna denselben Effekt, bloß das Gute darin ist, dass der Körper diese Wärme selber produziert, von innen produziert und diese tiefen Wärme ist das, was sofort entspannt, ja und bei mir fängt es dann so nach zwei, drei Minuten an, dass der Körper so in diesen typischen Entspannungseffekt geht, auch durch das Liegen und einfach merkst, wie beim tiefen Ausatmen, wie die Entspannung aus dem Rücken rausgeht und der Körper beginnt dann irgendwann sich zu restaurieren, einerseits dadurch, dass der Blutfluss angeregt wird, das Lymphsystem angekurbelt wird, das Nervensystem reagiert und es kommt zu einer Art Restaurierung im Körper, der den Körper entspannt und du hast auch, wie ich vorhin gesagt habe, Endorphine, Oxytocin wird ausgeschüttet und du hast einfach so ein Wohlbefinden, eine Ausgeglichenheit, was auch noch länger nach der Akkupressur dann mit anhält. Genau. Wie gesagt, das ist eine Form der Akkupunktur, die du selber für dich anwenden kannst und im Gegensatz zu Sauna und allen anderen Entspannungsverfahren hast, die jene wirken, die von innen her auch mit angeregt wird. Eine zweite Sache, die ich dir empfehlen möchte, sind Faszienrollen, die kennst du vielleicht auch schon, die gibt es aus verschiedenen Materialien, wurden auch schon, sind auch sehr verbreitet, gibt es viele auch in Discountern aus verschiedenen, wie gesagt, Materialien, aber oft ist es so, dass viele Rollen einfach zu hart sind aus billigen Plastikmaterialien und hier auch von Ergotopia, die sind auch derzeit gut im Angebot, auch hier bekommst du Faszienrollen, die sind aus natürlichem Material, die sind aus Quark, das ist erstens mal eine nachwachsende Ressource und natürliche Materialien, haben einfach immer bessere Synergieeffekte auch mit unserem Körper, wenn wir da auf unserer Muskulatur, auf unserer Wirbelsäule auch mal aktiv sind, dann sind es, ich bin eh ein Fan von weicheren, weicheren Rollen und weicheren Faszienrollen, die du dann benutzen kannst, damit kannst du einfach, wenn du Faszientraining nicht kennst, wie gesagt, an der Wand den Nacken abrollen oder auch die Wirbelsäule abrollen, um einfach Spannung aus der Muskulatur rauszukommen, Triggerpunkte zu behandeln und das auch selber aktiv, da einfach deinen Körper kennenzulernen und da bekommst du, bei Ergotopia gibt es auch einen Haufen Übungsvideo dazu, wenn du jetzt Faszientraining nicht kennst, das ist eine super Sache, regt auch die Durchblutung an, auch da kannst du den Rabattcode schnell einfach gesund 5 nutzen und bekommst da 5% Rabatt auf Faszienrollen, Faszienbälle und auch alle anderen Gegenstände, die es bei Ergotopia gibt, also auch Stehschreibtische, Bürostühle, ergonomische Sitzkissen für Auto, für Stühle, sind da mit drin, da kannst du dich gerne mal umgucken unter den Link, den ich dir dann mit schicke. Genau das zu den, zu den Möbeln auch, wie ich jetzt schon gesagt hatte, gerade Stehschreibtisch, ich habe hier auch einen Stehschreibtisch, der zum Kurbeln auch ist, einfach eine super Sache, gerade wenn du viel im Büro sitzt, dann einfach die Sitzzeit massiv zu reagieren, zu reduzieren. Meine Faustregel immer, man muss immer schauen, lohnt sich das Ganze auch, wenn du mehr als eine Stunde täglich auf dem Bürostuhl oder am Schreibtisch oder im Auto verbringst, dann lohnt es sich da wirklich auch massiv auf die Ergonomie zu schauen und darauf Acht zu geben, dass du dein Umfeld auch einfach dementsprechend anpasst. Und ja, für mich gibt es im Büroalltag nichts anderes als ein Stehschreibtisch, weil das ist einfach eine Wohltat. Sitzen ist das neue Rauchen, sagt man, und von daher ein Stehschreibtisch ist eine super Sache. Auch hierfür gilt unser Rabattcode. Jetzt kommen wir zum 3x3 für einen befreiten Rücken. Das sind jetzt nochmal 3x3 Übungen, die du auch aktiv einsetzen kannst, um jetzt die, ja, ich sag mal, die Segel zu spannen und ein rückengesundes Leben zu starten. Und ich werde jetzt diese 3x3 Regeln, weil wir mit der Zeit auch fortgeschritten sind, auch relativ flott durchgehen. Das sind halt einfach Übungen, die gar nicht so erklärungsbedürftig sind, aber auch deutlich sehr, sehr effektiv, weil sie einfach das begünstigen, was eine gesunde Wirbelsäule braucht. Und daraus werden wir dann den besten, den einfachsten Trainingsplan in der Welt für den Rücken ableiten. Die ersten 3 Übungen, die ich dir an die Hand geben möchte, das sind die sogenannten Big 3. Die Big 3, ja, die wurden, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal entwickelt, oder durch Untersuchungen bekräftigt von Stuart McGill. Und Stuart McGill ist einer der größten Rückenexperten aus dem amerikanischen Raum, wenn nicht sogar der größte. Und der hat, ich habe ja auch eine Buchempfehlung für dich, der hat ein Buch geschrieben, das werde ich dir auch nochmal in den Empfehlungen mit reinpacken. Und von ihm waren auch der Rückenkodex, also da waren einige, einige der 10 Regeln von ihm auch mit, die ich dir vorhin mitgegeben habe. Ich habe viel nochmal abgeleitet und ein bisschen verändert. Aber er hat in Studien diese Übungen herausgefunden, dass die sehr, sehr wichtig für die Wirbelsäule sind und der Wirbelsäule eine gute Stabilisierung und Kräftigung geben können. Die kannst du, oder solltest du jeden Tag einbauen. Und gerade oben, das ist jetzt auf Englische der Curl-Up, also dieser Ersatz für den klassischen Sit-Up. Ich möchte dir ans Herz legen, wenn du Rückenschmerzen hast und auch wenn du sie noch nicht hast, du brauchst keine Sit-Ups, also diese Crunches, dieses Aufräumen aus der Liegeposition. Das ist eine sehr, sehr unnatürliche Bewegung, die zu Kompression vorne in der Wirbelsäule, vorne auf den Bandscheiben führt, die Lendenwirbelsäule massiv stresst, vor allem, wenn wir sie mit hohen Wiederholungszahlen machen und vielleicht noch verbunden mit einer Drehung oder so. Bitte mache keine Sit-Ups. Selbst die Navy, die US Navy, die gehen in den Einstellungstest weg von den Sit-Ups, weil die einfach gemerkt haben, dass deren Soldaten immer mehr Beschwerden im unteren Rückenbereich bekommen und haben das ersetzt durch einen einfachen Unterarmstütz. Und da bitte, mach keine Sit-Ups. Die Alternative, jetzt schweife ich schon wieder aus, aber die Alternative ist von Stuart McGill die erste Übung, der Curl-Up. Da ist es einfach so, dass du deine Hände in den unteren Lendenwirbelsäulenbereich legst, um diese natürliche Lendenlordose zu halten und dann ganz leicht deine Schulterblätter, deinen Kopf abhebst. Deinen Kopf nicht zu weit nach vorn strecken, sondern leicht innen halten, ganz leicht abheben und erreichen wenige Zentimeter und du wirst merken, wie schon die Bauchmuskulatur arbeitet und du musst nicht die Lendenwirbelsäule unter Druck setzen. Das heißt, du hältst diese einfach nur ganz leicht. Man kann mit einer Hand auch den Kopf leicht halten, wenn man es mit dem Nacken leicht hat und das für 15, wie lange du schaffst, 10 bis 15 Sekunden wieder ablegen und das bis zu 6 Mal wiederholen und dann einfach statisch halten. Das reicht, um die Bauchmuskulatur zu aktivieren. Das sind jetzt nur Übungen, die leicht kräftigen und stabilisieren sollen als tägliche Übung. Das ist kein vollständiges Training, aber es sind erwiesenermaßen Übungen, die der Wirbelsäule sehr, sehr wohl tun und da ist der Curl-Up eine gute, eine wichtige Übung dann auch. Der sogenannte Bird-Doc ist die zweite Übung. Da haben wir einfach ein sehr, sehr schönes diagonales Training der ganzen oberen, hinteren, hinteren Muskelkette. Wie beim Laufen ist es oft so, dass ein Bein schwingt und der entgegensetzte Arm, also ein Bein schwingt nach hinten, der entgegensetzte Arm geht nach vorne. Wir haben diese Diagonalbewegung über den Rücken in der schrägen Diagonale drüber und das simuliert der Bird-Doc. Der trainiert die Gesäßmuskulatur, weil der Dame jetzt ist es das rechte Bein, was sie streckt, das rechte Gesäß und wir haben so diese hintere Rückenschlinge aus dem Gluteusmuskel und den Latissimus dorsi, der obere große Rückenmuskel, also Po und Oberrückenmuskel und wenn sie den linken Arm gleichzeitig streckt, wenn ich das hier richtig sehe, über die Diagonale, dann spricht sie genau diese Querverziehung über deinen Rücken an, die sehr, sehr gesund ist für einen starken Rücken und was wir auch aus dem Gehen können. Diese Übung bewusst, Gesäßmuskulatur, oberen Rücken anspannen und auch da 10 bis 20 Wiederholungen dann auch durchführen, immer wechselseitig auch mal halten, das Ganze ist einfach goldwert, die Übung. Die Sidebridge, also der Sidestütz, den kannst du so machen, wie die Dame das macht, mit den Beinen aufgestellt, man kann aber auch die Knie aufstellen, um da gerade für Anfänger da noch erstmal die Übung zu trainieren und hier, ich hatte vorhin den Quadratus Lumborum angesprochen, der Rückenmuskel, der seitlich vom Brustkorb runter zum Beckenkorb noch ein Ziel, der wird hier trainiert, die gesamte seitliche Ebene der Wirbelsäule, die wir auch immer seltener trainieren, weil wir weniger Sachen tragen, wenn wir seitlich und er in unserem Körper Sachen tragen wird, eben diese seitliche Stabilität auch gefördert, das machen wir viel, viel weniger und da ist die Sidebridge eine gute Übung. Das habe ich doch länger gebraucht, als ich wollte zur Erklärung, aber wie gesagt, diese drei Übungen sind einfach Gold wert, die jeden Tag machen, das dauert nicht mehr als 15 Minuten. Jetzt versuche ich mich wirklich mal kurz zu fassen, die drei Top-Körperpositionen, das ist das zweite der dreimal drei Übungen, die drei Top-Körperpositionen, die du einnehmen kannst, einfach um den Positionen entgegenzuwirken, die wir sehr, sehr viel haben, also sitzende Haltungen, um denen zu entgegenwirken. Es gibt nichts Besseres, nichts Gesünderes für die Wirbelsäule als die tiefe Hocke. Viele Menschen kommen gar nicht mehr in diese kindliche tiefe Hocke, für die unser Körper dann auch gemacht ist. Wir haben dann eine wahnsinnig entspannende Wirkung auf die Gesäßmuskulatur, auf den unteren Rücken. Wenn man in die tiefe Hocke reingeht, der wird einfach mal merken, wie der unterrücken, wenn man dann in die Position reinkommt, wieder entspannt und da auch mal der Druck rausgeht. Und das ist im Vergleich zum Sitzen eine sehr, sehr gute und förderliche Position. Gerade Völker im asiatischen Raum nehmen diese Position sehr, sehr häufig ein und einfach eine sehr, sehr entspannte und auch natürliche menschliche Position, die man früher auch häufig eingenommen hat. Fünf Minuten am Tag, das muss man am Anfang auch trainieren. Man merkt, weil das ungewohnt ist, auch nach einer Minute dann schon, dass es schwer wird, einfach sich mal da hinzutrainieren. Es ist schon erschreckend, dass wir diese natürliche Position gar nicht mehr einnehmen können. Zweite Bewegung, unser Körper ist für hängende Bewegungen oder für hängende Positionen auch gemacht. Gerade auch durch Klettern etc. Dreimal 30 Sekunden am Tag hängen, einfach mal in einer ausgestreckten Position. An der Klimmzugstange, vielleicht draußen irgendwo, wenn du da was findest. Es gibt immer mehr solche, man sagt Kalis-Tanningsparks, Trainingsparks im Freien, da kann man mal aushängen lassen. Es ist so super entspannend für die Wirbelsäule, sich mal aushängen zu lassen. Und einfach da auch, man kann sich dir vorstellen, den Druck von den Bandscheiben zu nehmen, einfach eine super, super Geschichte. und auch hier, also ja, es ist eine Position, die auch sehr, sehr förderlich ist, ist das Liegen. Was ich hier an der Stelle einfach sagen will, ist, dass du neben dem Nachtschlaf, wo du ja liegst, auch am Tag ein bis zwei Zeitfenster haben sollst, wo du einfach mal liegst und einfach mal die Wirbelsäule entspannst. Du musst dabei nicht immer schlafen, du kannst dabei auch einen Podcast hören oder entspannte Musik hören oder ja auch andere, vielleicht ein Buch lesen, aber da ist immer die Verspannung im Armbereich dann gegeben. Deswegen ein Hörbuch oder ein Podcast ist da immer eine gute Empfehlung. So mache ich das zum Beispiel. Jetzt auch immer mehr auf der Akupressurmatte, da 15 Minuten zu liegen, das ist einfach eine super Sache dann für Körper. Das waren die drei Top-Körperpositionen und das letzte, der 3x3, Entschuldigung, sind die, es ist die Behandlung der Top 3 gestresstesten Regionen, sage ich mal. Und da hilft es dir auch, ja, diese drei Regionen zu behandeln. Wir hatten das vorhin, das war der Nacken, der Gesäßbereich, der Hüftbeuge und der Quadratus Lumborum. Und diese Regionen brauchen durch unsere Alltagshaltung, durch viele Sitzen, durch viele einseitige Bewegungen, durch Zeit am Handy, brauchen einfach ein Stück mehr Pflege. Und da möchte ich dich motivieren, da auch einfach diesen Regionen mehr Zeit für Entspannung und für diese Behandlungen dann zu geben. Und da hilft wie gesagt, diese Akkupressurmatte ist eine Möglichkeit. Wärmetherapie, Lichttherapie, Faszientraining und auch Dehnung. Da haben wir jetzt leider recht wenig Zeit mit verbracht, aber auch Dehnung kann ein guter Weg sein, wie hier unten die Hüftbeugerdehnung, der Muskulaturentspannung damit an die Hand zu geben. Und damit hast du das 3x3 und hiermit hast du auch schon den einfachsten Rückentrainingsplan der Welt an der Hand. Einfach diese 3x3 Übungen in deinen Alltag einbauen. Das dauert am Tag, wenn wir jetzt mal unten die Schritte rausnehmen, das dauert definitiv nicht mehr als 30 Minuten. Du kannst morgens, deswegen habe ich so aufgeschrieben, morgens empfiehlt es sich, die Big 3 zu machen. Einfach aus den Gründen, weil du deine Muskulatur dann morgens ansprechen kannst, aktivieren kannst und für den Tag vorbereiten kannst. Der Curl Up, die Side Bridge und der Bird Dog sind einfach aktivierende Übungen für die Muskulatur, mit denen du gekräftigt und auch mit einer stolzen Haltung in deinen Alltag hineingehen kannst. Also das ist morgens das Beste, was du tun kannst. Ich nutze diese 3 Übungen vor meinem Krafttraining. Ja, ich mache zum Beispiel sehr, sehr intensives Kreuzheben, intensive Kniebeugen und da hilft mir das einfach als aktive Vorübung. Und so kannst du die auch für den Tagesstart nutzen. Also morgens die Big 3 zur Tagsüberzeit, also immer wieder einbauen. Das kannst du zu verschiedenen Zeitpunkten machen. Die tiefe Hocke, da findest du auch Zeitpunkte, vielleicht wenn du mal was liest, wenn du auch, das ist gar nicht so abmöglich, wenn du was isst, du kannst, ich habe hier manchmal am Couchtisch den Teller stehen, du kannst in der tiefen Hocke essen. Das ist da tatsächlich, das sage ich auch sehr, ehrlich gemeint, eine sehr, sehr natürliche Position und sag mal, Völker im asiatischen Raum nutzen diese tiefe Hocke auch, um ihre Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Und da tust du auch deinem Rücken in der Zeit was Gutes, da immer mal eine Minute in der Zeit in der Hocke zu verbringen. Und auch wie gesagt, das Liegen. Und abends dann nach dem anstrengenden Tag, wenn viel lief, dann einfach Nackengesäß und Hüftbeuge dann auch einfach wieder die Entspannung zu geben, die er braucht. Und da, das ist auch eine gute Abendroutine, dann einfach besser in den Schlaf zu kommen und auf so einer Akkupressurmatte nach zehn Minuten darauf ist man relativ entspannt, gut durchblutet und kann dann auch eine gute Abendroutine. Und zusätzlich dazu deine 10.000 Schritte am Tag und dann bist du einfach super stark gewappnet und dafür vorbereitet, mit Kraft und mit gleichzeitiger Entspannung. Es kommt ja immer auf die Balance an im Leben, durch deinen Alltag zu gehen und deinen Rücken zu befreien nach dem Motto auch des Webinars. Jetzt hoffe ich, dass du dein Logbuch auch geführt hast, die Ideen gefunden hast. Wenn nicht, kannst du immer noch mal da dran arbeiten, wenn du das Skript dann im Nachgang noch mal durchgehst, dir vielleicht auch ein paar Fragen notiert hast, die wir gleich in der Fragerunde noch mal durchgehen. Das Wichtigste, wenn du hier dein Logbuch hast, für dich priorisiere deine Ideen, deine Tools, die du hier gesammelt hast. Schau für dich, was ist das, was dir jetzt an deinem Punkt, wo auch immer du stehst, vielleicht hast du einen gesunden Rücken, möchtest aber mehr dafür machen und vorsorgen, vielleicht hast du aber auch Rückenschmerzen und schon Probleme, dann such dir das raus, was für dich am meisten hilft, die ein, zwei Ideen und die bringst du jetzt erstmal in deinen Alltag hinein, bevor du alle weiteren Ideen verfolgst. Also priorisieren und das Gelernte dann umsetzen. Und da hilft dir nachher auch noch mal das Skript, was ich dir zukommen lasse. Du bekommst die Aufzeichnung des Webinars, gerade weil ich auch sehr, sehr schnell natürlich auch gesprochen hatte, dir viele Inhalte vermittelt habe. Du kannst dir das noch mal in Ruhe anschauen, das Skript noch mal durchblättern und es wird auch noch mal Folgeartikel auf schnell einfach gesund und D.E. geben. Da wirst du einfach nochmal Ideen finden. Und auch wie gesagt, Ergotopia möchte ich dir nochmal ans Herz legen. Einerseits den Shop mit unserem Rabattcode schnell einfach gesund 5 und aber auch die vielen Fachinhalte, Infografiken auf Ergotopia. Da findest du nochmal super viele Videos in der Masse, könnten wir die jetzt hier gar nicht produzieren. Gerade zum Faszientraining und wie du mit den Geräten umgehst, zu Rückenübungen, möchte ich dir da auch gerne nochmal mit ans Herz legen. Und in diesem Sinne, wenn du diese Regeln beherzigst, dann kannst du jetzt die Segel setzen und dann in einen rückengesunden Alltag starten und ich hoffe, dass dir das wirklich hilft, dass du einen Leitfaden mit an die Hand bekommen hast und ja deinen Weg findest. Es fällt immer schwer, Pauschale Empfehlungen zu geben und deswegen hoffe ich, dass ich auch immer dich motiviert habe, dass du deinen eigenen Weg findest, Tools und Ideen für dich findest, mit denen du ja einen rückengesunden Alltag starten kannst und wie gesagt, ein gesunder Körper ist das Wichtigste, was wir uns wünschen können und gerade auch für einen aktiven Alltag, wenn du Bergsteigen möchtest, wenn du verschiedene Hobbys verfolgen möchtest, wenn du vielleicht einen Marathon laufen willst in deinem Leben, wenn du mit den Kindern krabbeln und spielen möchtest, dann brauchst du einen starken Rücken und dann hoffe ich, dass das wirklich ein sehr, sehr relevantes Thema für dich auch war und dir helfen kann. Fassen wir das nochmal zusammen, bevor wir dann in die Live-Fragerunde reingehen. Gesagt hatte ich schon, dein Rücken, deine Wirbelsäule ermöglicht dir Bewegungsfreiheit, das zu tun, was du möchtest. Unsere Wirbelsäule ist über Millionen Jahre dahin gewachsen, einen aktiven Lebensstil zu verfolgen, nicht dazu zu sitzen und in gebeugten Haltungen zu verbringen oder monotone, einseitige Bewegungen durchzuführen. Aber auch, auch das wissen wir von Kulturen der, ich sag mal, früheren Zeiten, sie ist aber auch dafür gemacht, Zeiten der Ruhe zu finden und sich zu entspannen. Das heißt, es soll nicht so sein, dass du den ganzen Tag jetzt von A nach B rennst, nur um aktiv zu sein. Nein, du musst auch immer wieder diese Zeitpunkte der Ruhe und Entspannung finden. Deswegen Stichwort auch immer mal die gesunde Rückenpause, verschiedene Positionen zur Entspannung einzunehmen. Nicht optimale Bedingungen, wie gesagt, das sind dauerhaftes Sitzen, Bildschirmarbeit, Stichwort Handy. Wenn du das Handy die ganze Zeit in der Hand hast, damit auch noch durch die Umgebung rennst. Es gibt immer mehr Menschen, die rennen mit dem Handy durch den Wald und schauen da drauf. Also das ist nicht dafür gemacht. Gerade auch, wenn du draußen bist, orientier dich nach vorne, schau in die Natur und du hast eine natürliche, aufrechte Haltung. Falsche, wiederkehrende Bewegungsmuster, du erkennst das Auto oder Haltungsmuster, das Autobeispiel von mir, wenn ich die ganze Zeit, um die Ampel zu sehen, mich nach vorne beuge und nach unten gucke, gerade im Stadtverkehr, kann das nicht gut sein und du musst selber für dich schauen, was sind deine Bewegungsmuster im Alltag, die ungünstig sind. Schau, wie du sitzt, wie du stehst, wie du dich bewegst und such da einfach nach Erklärungen. Ungesunde Mangelernährung, auch das im Sinne der Bausteine für deinen Körper ist relativ ungünstig. Optimale Bewegung, alles was natürliche Bewegungsmuster sind, Muskelpflege, das sind Kraftreize, gerade Krafttraining, Rückentraining, ganz, ganz wichtig. Auch das konnte ich jetzt nicht sehr vertiefen, aber du hast einige Übungen an die Hand bekommen, die sehr, sehr unterschätzt sind, gerade die Big 3 und auch gerade wie die Sit-Ups, die du eben nicht tun sollst. Auch da denke ich, noch genug Input bekommen, mit dem du jetzt erstmal arbeiten kannst. Entspannung ist für den Muskel auch wichtig, eine hohe Bewegungsvariabilität, das heißt, viel zu viel verschiedene Bewegungen einzubauen. Stichwort die natürlichen Bewegungen, für die wir gebaut sind, ja, also gehen, tragen, heben, schieben, ziehen, die Bewegung können wir mit Kraft simulisieren. Um dir dann nochmal eine Endstruktur zu geben, du hast zwei Hauptansatzpunkte, das ist einerseits deine Umgebung, in der du dich bewegst, ja, also die Ergonomie und diese Bewegungsförderung zu gestalten. Und da ist, wie gesagt, Ergotopia der Profi, da kannst du dich gerne nochmal umschauen auf der Seite. Und als zweiter Ansatzpunkt, es ist dein Verhalten, die richtige Balance zu finden, aus Bewegung, aus Entspannung, aber auch aus Ernährung. Und in dem Sinne, in den Selbstreflexionsprotest zu gehen, wie verhalte ich mich in meiner Umgebung? Du musst dich nicht zu 100 Prozent in die Hände deines Arztes, in die Hände deines Physiotherapeuten zu geben. Du bist ein mündiger Patient und hast auch die Möglichkeit, hier aktiv mitzugestalten und nach Lösungen auch zu sorgen. Und ich hoffe, dass du hier einfach, ja, da, Ideen und viel an die Hand bekommen hast. Ja. Damit möchte ich mich bei dir schon mal für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit bedanken. Also auch für mich ist es wirklich eine Wohltat, hier diese Webinare, dieses Webinar halten zu können, dir hier Tipps auch mit an die Hand geben zu können. Mein ganzes Wissen, was ich jetzt in meiner sportwissenschaftlichen Karriere deine Erfahrungen als Personal Trainer und medizinischer Trainingstherapeut sammeln konnte, die ich hier auch mit an die Hand geben kann. Du bekommst, wie gesagt, alle Empfehlungen, alle Tipps nochmal in der Mail, die jetzt schon in deinem Postfach sein müsste. Da ist auch dann das Skript noch mit enthalten und du bekommst später auch noch die Aufzeichnung des heutigen Webinars und alle weiteren Tipps, Buchempfehlungen, dass du einfach nochmal einen Fundus an Ideen dann auch mit hast. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, jetzt gerne nochmal im Live-Chat, in dem wir jetzt gleich gehen. Da bin ich auch so sehr gespannt, wie deine Erfahrungen, wie deine Fragen sind und auch da werden wir jetzt nochmal eine intensive Stunde dann verbringen und allen Rest, den ich nicht beantworten kann, wir werden immer nicht alle Fragen schaffen, hier werde ich auch mal priorisieren, was die häufigsten Fragen waren, kannst du mir nochmal an Martin Krowicki ohne Punkt at schnell einfach gesund.de schicken und dann werde ich mir auch nochmal dann jetzt am Wochenende dann Zeit nehmen, um dir deine Fragen dann hier zu beantworten und auch gerne mir ein Signal geben, wenn dir hier ein Thema besonders gefallen hat, wenn du das Thema Rückengesundheit, Rückenschmerzen nochmal tiefer behandeln willst, mir gerne eine Mail schreiben, eine Info geben, dann machen wir gerne auch nochmal ein weiteres Webinar, vielleicht zu einem einzelnen Schwerpunkt, den wir nochmal vertiefen, weil das war heute nochmal ein großer Ausschlag mit zehn Regeln und dem 3x3 mit wahnsinnig viel Input, wo man erstmal genug dran arbeiten kann. Ich baue jetzt hier ganz kurz die Technik um, das dauert jetzt nicht mehr als eine Minute, da nochmal kurz Geduld haben und wenn ich die Technik umgebaut habe, dann sehen wir uns jetzt gleich zum Live-Chat und da freue ich mich wie gesagt nochmal auf die Fragen und wie gesagt, dann sehen wir uns gleich, streck dich nochmal, steh nochmal kurz auf, ich baue noch schnell um. Bis gleich hatten wir schon mal bis hierher sehr, sehr viel Spaß gemacht. gemacht. Vielen Dank.